Was wollt ihr? Mein Name ist Danny. Tschüss. Willkommen bei euch in einem neuen Video. Heute spielen wir Cats. Und ich kann mich leider nicht so hoch machen, weil meine Stimme ist zwar wieder gut, aber ich kann die hohen Stimme nicht ganz machen. Ich meine, ich bin immer noch ganz leicht heiser, beziehungsweise ich bin immer noch ganz leicht krank, aber ich kann aufnehmen, okay? Mir geht's bestens. Außer, dass ich immer noch in dieser Wohnung sein muss, weil ich würde echt lieber gerne in einer anderen Wohnung sein, aber da gibt's halt immer kein Internet, okay? Es dauert noch eine Weile. So, ein, zwei Wochen dauert es auf jeden Fall noch, okay, seien wir mal ehrlich, zwei bis drei Wochen, okay? Also, ja. Also, so lange müsst ihr ja quasi noch mich hier in diesem Zimmer sehen. Was? Ich weiß, ihr habt nichts dagegen, aber ich meine, ihr seht die ganzen unordentlichen Sachen hier nicht. Ihr seht ja quasi nur das, was ordentlich ist. Ja, das seht ihr. Na gut, wir haben mal, wir spielen heute weiterhin Cats. Die erste Folge kam sehr gut an bei euch und ich liebe das Spiel so sehr, dass wir weiterspielen werden. Erstmal, du bist aufgestiegen auf Stufe 4. Moment mal. Wieso bin ich aufgestiegen auf Stufe... Wie, wie habe ich das gemacht? Wie, wie, wie bin ich auch... Ich hab nicht mal gespielt. Ich verstehe gar nichts mehr. Du hast... Fünf Sterne-Teile haben wir freigeschaltet. Alter, ist das episch, Leute. Ich... Oh Gott, das ist so episch, Leute, wirklich. Wähle einen Sticker aus. Ich glaube, ich nehme den Regenbogen. Ich finde ihn ganz cool. Obwohl ich ja den Kuchen nehmen soll. Aber wir bekommen... Rückstoßer bekommen wir. Dann bekommen wir Flitzer. Sehr nice. Heber bekommen wir. Zwei Sterne, Rakete, zwei Sterne. Wow, Reifen, drei Sterne. Sehr geil. Wow, Klingel. Vier Sterne. Alter, schwierig. Wow, elf Energie hat dieser Klassiker. Der hat 20% auf Surfer. Wow, geil, geil, geil. Ich bin echt gehypt so ein bisschen. Lass uns mal ein bisschen versuchen, unser Wagen ein bisschen zu upgraden. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich hier so Küsse öffne, dann lasst es mich wissen. Wir werden hier eine Menge Küsse öffnen, wie ihr wollt. Ich kann es gerne machen. Ob ich es in diesem Part machen werde, wir werden es auch sehen. Lass uns überraschen. Aber das dauert sechs Stunden. Oh Gott. Okay, dann müssen wir halt sechs Stunden warten. Oder ich kaufe ein paar... Ja. Ich glaube, ich kaufe ein paar Diamanten. Aber er ist später in der Folge. Also bleibt dran. Na gut, erstmal können wir hier was verändern. Zum einen, der ist neu. Der hat drei Sterne. Elf Energie. Verdammte Energie. Okay, das ist wirklich eine Menge. Ich glaube, ich nehme den sogar. Ich meine, Elf Energie. Verdammt geil, Leute. Verdammt, verdammt geil. Da können wir ihn sogar upgraden, indem wir das hierhin tun. Und dann wird er geupgradet. Was sehr nice ist. Obwohl, das ist ein Klassiker, ne? Wo ist der... Das ist ein Surfer. Aber der hat nur sechs Energie. Das ist zu wenig, leider. Auf jeden Fall können wir hier Reifen nehmen. Diese Reifen sind sehr gut. Das kann man hier noch sagen. Und die kann man sogar upgraden, wenn man will, die Reifen. Damit sie ein bisschen mehr Leben haben, was ebenfalls sehr nice ist. Da kann man noch hier zum Beispiel solche Reifen hier nehmen. Die haben auch drei Sterne. Sieht ganz schön geil aus. Und dann lasst uns mal eine Waffe nehmen. Die ist neu. Die verbraucht sieben Energie. Sieben Stück. Und da haben wir noch genug, um hier sowas zu holen. Zum einen können wir hier, weiß nicht, sowas holen. So einen Heber können wir holen. Die Frage ist nur, macht das Schaden? Ne. Ah, es gibt Leben. Der Heber gibt Leben. Das ist gut, Leute. Der Heber gibt Leben. Da können wir sogar den Heber upgraden, indem wir die anderen Heber da reinstecken. Wir haben sogar sowas hier. 100% auf Rakete. Ich verstehe nicht wirklich, was es heißt. 100% auf Rakete. Ich meine, ich weiß, was der Rückstoßer macht. Der stoßt die Gäner zurück. Aber auch die Rakete. Ne, ne. Die Rakete schoße ich glaube nicht zurück. Gut, da habe ich noch ein paar Sticker vielleicht. Irgendwie, irgendwie, ja. Ich habe noch ein paar Sticker hier. Was sehr cool ist. Da können wir ihn halt ein bisschen designen. Und wir können ihn sogar verbessern. Hier, mit Chase's Rad oder Gadget aufwerden, um robuster zu machen. Was kann ich genau so ein Buster machen? Das hier? Plus 20. Heilige Kacke. Wow. Und das? Plus 10. Soll ich es machen, Leute? Plus 10 Schaden ist eine Menge. Ich glaube, ich mache es so da. Aufwürden für 1800. Ich habe 1800. Ich mache es mir jetzt egal. Oh Gott. Es war ein Fehler. Ich glaube, es war ein Fehler. Ich glaube, es war ein Fehler. Und das hier, wie toll ist das? Zu... Oh, ich habe es bezahlt. Oh, shit. Okay, lass uns mal gucken. Lass uns mal ein Duell gehen und gucken, ob wir gewinnen können. Boah, mein Wagen ist geil. Nein! Alter, seiner ist zu sch... Wow, meine Güte. Was war das denn bitte? Ist das dein Ernst? Okay, komm schon. Sag mir nicht, dass es... Ich hoffe, es war nur Glück. Komm schon. Ja, okay. Der Gegner war... Das war kein richtiger Gegner. Okay, das zählt nicht. Also, ich sage mal so... Oh, ich will... Ja, später bewerte ich. Ich liebe das Game so sehr. Also, ich würde es gerne bewerten, ehrlich gesagt. Ah, wir haben gar keinen Platz mehr für... Boxen. Ich verstehe. Oh, nein. Ich mache zu wenig Schaden. Oh, mein Gott. Ist das dein absoluter Ernst? Ich bitte dich. Lass uns mal erst mal ein paar Diamanten holen, okay? Okay. Ja, wir holen ein paar Diamanten. Ja, ich bin mir sicher, wir sollten es tun. Hier gibt es so Diamanten für... Ich fange erst mal klein an, okay? Für 20 Euro. 1500 Diamanten. Und der Kauf war erfolgreich. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ja, kein Ding. Ich gebe euch gerne mein Geld für ein paar... Ähm, okay, wie auch immer. Egal. Wir öffnen das jetzt einfach mal. Mal gucken, was wir bekommen. Komm, schicken wir was Gutes. Eine Klinge bekommen wir. Nice. Seifen bekommen wir. Nicht schlecht. Knauf. Klassiker. Okay, nice. Oh, 20% auf Klinge. Oh, mein Gott. Das ist echt richtig gut, Leute. Auf Klinge. 20%. Wow. Die ist verdammt stark, die Kettensäge, Leute. 20% auf Brocken. Alter, die Kettensäge ist so stark, Leute. Verdammter Mist. Ich glaube, ich muss sie verwenden, Leute. Ich glaube, ich muss sie verwenden. Seht ihr, ich habe doch gesagt, es wird ein Fehler. Dass ich das jetzt upgraden werde. Ich wusste es. Und die Kettensäge kommt ja nicht mal... Trifft die Kettensäge überhaupt die Gegner? Ich weiß es nicht mal. Ich glaube, die trifft nicht mal die Gegner. Ne, es trifft nicht mal. Wie soll sie überhaupt treffen? Verdammter Mist. Oh, na prima. Das ist einfach nicht das Teil für eine Kettensäge. Oh, manchmal hasse ich mein Leben. Wirklich. Wir könnten ja einfach mal die Reifen aus Spaß upgraden, würde ich sogar sagen. Sind die ganzen Sachen jetzt weg? Ne, okay, die Sachen sind noch da. Wir können ein bisschen die Reifen upgraden, um zu hoffen, vielleicht können wir dann, ja, wie soll ich sagen, vielleicht können wir dann ein bisschen mehr Schaden aufnehmen. Okay, packen wir einfach hier alle drauf. Die sind neu. Die haben auch 32 Leben. Die haben nur 30 Leben. Gut, dann würde ich sagen, wir upgraden die einfach mal. Oh, es kostet Münzen. Verdammt, stimmt. Es kostet ja alles Münzen. Aber wir haben ja, ah, oh, 20% auf Blocken, das könnte gut sein. Das könnte sehr gut sein sogar. 20% auf Surfer, das behalte ich einfach mal. Habe ich hier einen Surfer? Klassiker, verdammt. So, wir upgraden einfach mal. Vielleicht hat er dann mehr Leben. So, ja, ich nehme alles, nehme alles einfach von mir. Nimm alles von mir, okay. Nimm einfach alles von mir. Dann nehmen wir noch zwei, alle zwei Sterne, so können wir da reintun, weil ich meine, wieso eigentlich nicht? Ähm, und das hat einen Stern. Äh, was wurde gesetzt? Ach so, verstehe. Wo wurde das gesetzt? Äh, ich weiß nicht wirklich, wo das gesetzt wurde, Leute. Wieso kann ich... Ich hab den da einfach noch gar nicht an, oder? Na gut, wie auch immer. Lass uns einfach mal in Duell gehen und gucken, ob wir da gewinnen können. Er hat eine Rakete. Er hat so viel Leben. Ey, die machen so viel Schaden schon von Anfang an. Ah, ich hab eine Idee. Ich hab eine sehr gute Idee. Wir nehmen dieses Teil weg, weil es bringt gar nichts. Und wir nehmen einen Booster. Wir nehmen einen Booster, Leute. Glaubt mir, das wird besser sein, okay? Es gibt uns sogar mehr Leben. Und ich glaube, dadurch kommen wir schneller zum Gegner. Ja, oh Gott. Tut es. Ja, dadurch kommen wir schneller zum Gegner. Ah, Mann. Ist doch nicht wahr, oder? Es kann nicht sein. Was ist falsch bei dem? Was ist falsch bei dem Teil? Hä? Was ist falsch? Vielleicht sollte ich am Anfang einen kleinen Reif rein tun. Ich mach mal da einen kleinen Reif rein. Mal gucken, ob das klappt. Okay, komm, ich bin Booster. Na, oh. Ja gut, er hat so wenig Leben. Wollen wir einfach mal in eine Meisterschaft gehen und gucken, ob wir da gewinnen können? Wir können es gerne mal versuchen. Mal gucken, ob wir die vierte Meisterschaft gewinnen können. Boah, viel Schaden. Wir machen sehr viel Schaden. Also, so kommen wir da auf jeden Fall raus aus der Meisterschaft. Obwohl. Boah, ja. Ja. Bäm. 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 Zerstört's. Alter, ist natürlich geil mit Boost, wenn man sowas kann, ne? Boah. Ei, ei. What? Wie geil ist das denn bitte mit Boost? Alter, ich liebe das. Ich liebe mein Leben gerade. Bäm. Oh, der macht viel Schaden. Ich sterbe. Oh, der macht viel Schaden. Zu viel Schaden leider. Ja. Tut sehr viel Schaden. Ist schon wieder derselbe? Bitte nicht. Ey, was ist das von... Meine Güte, diese Karte, die sie haben, ist echt geil. Nein, hör auf. Hör auf. Ich mach keine Scherze mehr. Hör auf. Er zöpft mich nicht. Ja, sehr gut. Gewonnen. Okay, nice. Weiter geht's. Vier Siege bis jetzt. Das gewinnen wir, oder? Ja, das gewinnen wir. Sehr nice. Sehr nice, Leute. Ja, sehr geil. Okay, weiter geht's. Kipp den um. Boah, wir sind richtig Starking. Äh. Er hat... Nein, der hat mich mit der Rakete getroffen. Verdammt. Tut es. Ja. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, getötet. Nice. Wir haben gewonnen. Weiter geht's. Kommst du. Sechs Siege haben wir. Aber aufsteigen werden wir auf jeden Fall nicht. Ne, leider nicht. Ah, Mann. Wieso haben die so viel Leben? Wie haben die überhaupt so viel Leben? Wie viel Leben haben die gegen ihn überhaupt? Anscheinend eine Menge, weil, what the frick? Können wir das gewinnen? Sieht nach einem Sieg aus. Ja, sieht nach einem Sieg aus. Wir gewinnen auf jeden Fall vieles. Aber nicht alles, leider. Okay, nice. Den haben wir eliminiert. Bisschen geht nicht mehr. Der Typ hatte gar keine Chance. Keine Ahnung, was bei dem schickt. Boah, er besiegt uns. Ist das dein verdammter Ernst? Jetzt mal ehrlich. Ist das dein verdammter Ernst? Acht Siege erzielt. Das war echt nicht so viel, Leute. Ah, Mann. Ist das ärgerlich. Oh, Gott. Ich weiß nicht mal, wie man genau Stufe 5 kommt. Ich verstehe das System nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Aber wir können hier sogar sowas öffnen. Wir haben hier genug davon. Das ist was wir bekommen. Wir haben hier Taitan bekommen wir. Klassiker. Schleicher. Schocken. Ist ganz geil. Eigentlich kann man nicht anders sagen. Und weiter geht's. Kann ich mehr öffnen? Oh, nice tip zu öffnen. Kett... Boah. Was war das von der Kettensäge? Ich hab jetzt gar nicht geguckt, Leute. Wir sehen... Boah. Vier Sterne... Fünf Sterne Kettensäge. Fünf Sterne Kettensäge. Verarschen. Wie viel Schaden macht ihr denn bitte? Macht's. Hier, fünf Sterne Kettensäge. 79 Schaden. Heilige Scheiße. Ich muss mein Auto wechseln. Ich muss... Warte mal. Wie viel Energie verbraucht sie? Sie hat wie viel Energie? Neun Energie. Das heißt, ich brauche einen Wagen, der neun Energie hat. Titan. Oh, der hat ne Menge. Neun Energie hat der. Perfekt. Aber ich brauche auf jeden Fall welche mit mehr... Was ist das hier? 20% auf Kettensäge. Aber hat leider keine neun Energie. Das ist mein Problem. Das hat neun Energie. Was hat das? 30% auf Rakete. Nicht schlecht. Das hat neun Energie. 85 Leben. Das ist echt gut, Leute. Und da kann ich eigentlich die Kettensäge dran machen. Ne, das geht nicht. Verdammter Mist. Na, Mann. Neun Energie. 127 Leben. Und da kann man noch ne Kettensäge dran machen. Aber was machen wir für kleine Autos? Also es bringt einfach... Es ist echt schwer, so einen guten Wagen zu finden, ehrlich gesagt. Weil dann für halt eine Kettensäge, ne? Sehr, sehr, sehr schwer. Ich kann's dran machen, aber es sieht einfach... Es funktioniert einfach nicht richtig, oder? Ne, irgendwie nicht. Es wird problematisch. Es wird sehr problematisch. Wir haben auf jeden Fall neue Reifen hier. 40 Leben gibt mir das. Und das haben wir hier. 20% auf Brocken. Wir haben Brocken. Aber es wird halt einfach nix. Es ist einfach nicht das Richtige, glaube ich. Naja, wir können's ja mal gerne austesten. Es wird nicht klappen. Ah, genau. Jetzt schon. Jetzt schon fängt's an. Schon beim Anfang fallen wir um. Wir dürfen halt auf keinen Fall damit umfallen, ne? Das ist das Problem. Nein, lass mal... Nein, ich fall schon wieder um. Es ist doch nicht wahr, oder? Jedes Mal fall ich um. Ich hasse es. Ja, okay. Die Kettensäge macht viel Schaden, aber es ist einfach schwach. Ja, nee. Ja, die Kettensäge ist einfach nicht so gut. Das ist das Problem. Okay, öffnen wir ein paar mehr. Wahrscheinlich haben wir vielleicht eine bessere Waffe bekommen. Boah, Rakete. Vier Sterne Rakete. Sehr geil. Nicht schlecht auf jeden Fall. Vier Sterne sind in Ordnung. Und wir bekommen München dazu, was ebenfalls sehr geil ist. Aber na gut. Weiter geht's. Ich glaube, ich gebe mir was Gutes. Boda hat zwei Sterne nur. Zwei Sterne Rakete. Zwei Sterne das. Ja, zwei Sterne ist halt einfach nicht so gut, ne? Also fünf Sterne ist normalerweise schon Sichtigkeit. Wir können ja gerne mal zu den Wetten gehen. Und gucken, wer gewinnt. Das kann man ansehen. Will ich aber gar nicht. Ich will gerne wetten. Okay, lass uns einfach ansehen. Für wen habe ich gewettet? Ich glaube, ich habe für den Link gewettet. Wow. Oh nein. Oh nein. Wer wird verlieren? Oh, der Rechte wird verlieren. Verdammt. Der Rechte... Wow. Oh mein Gott. Na, der Rechte wird verlieren, ja. Oh nein. Okay, das war... Ja, Mann. Habe ich gewonnen jetzt oder nicht? Du hast die Wette verloren. Okay, ich habe alle Teile zurückgehalten. Na, wenigstens das. Und die habe ich auch gewettet. Für wen habe ich gewettet hier? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, für den Rechten, oder? Boah, die haben echt geile Wagen. Alter, der hat echt so ein geiles Teil. Alter. Du hast die Wette verloren. Du musst... Wow. Oh mein Gott. Ich will sie nicht zurückholen. Die sind eh schlecht gewesen, die Teile. Aber na gut. Der Brocken ist einfach so kacke. Wisst ihr, was ich meine? Der Brocken ist keine... Also nichts Gutes. Der Brocken ist wirklich schlecht. Okay, ich habe einfach mal aus Spaß im Brocken genommen. Kettensäge ist gut, aber leider ist das Problem bei Kettensäge, so wie es aussieht. Sie ist zu kurz. Sie ist einfach zu kurz. Und es ist einfach super schwer. Es ist super. Ich finde es richtig schwer, ehrlich gesagt, Leute. Ich habe hier eine 4-Sterne-Rakete, was richtig geil ist. Okay, 30% auf Rakete, aber die Rakete hat 9 Energie. 9 Energie. Das ist so viel, Leute, wirklich. Aber Rakete ist sehr gut. Das zum Beispiel wäre gut genug. Was ist wieder das? 11 Energie hat das. Wow. Wow. Das ist unnormal, Leute. Aber man muss wirklich hier vieles bedenken. Es ist sehr schwer, sein eigenes Fahrzeug für dich zu bauen. Man muss so viel bedenken einfach. Das ist unnormal. Deswegen, ähm... Was passiert eigentlich, wenn ich nur ein Reifen nehme? Das wäre doch auch was. Oder nur ein einziger Reifen. Ja, okay. Das sieht aber jetzt... So. Mich würde mal interessieren, wie es aussehen wird, okay? Mal testen. Kommt die Rakete zum Gegner überhaupt an? Wow. Alter, das ist gut. Das ist richtig gut, Leute. Ganz kurz, kann ich an das Teil eigentlich noch eine Düse? Es geht. Aber genau das brauche ich ja nicht. Das brauche ich ja nicht. Ich brauche sowas hier. Yes. Wow. Es hat meistens so viel Leben, ne? Ihr glaubt es gar nicht. Es hat so viel Leben. Und ich bin so klein vor allem. Wow. Okay, lass uns damit mal zum Wettkampf gehen, okay? Und gucken, ob wir damit gewinnen können. Okay, auf geht's zur Meisterschaft. Komm schon. Hier, wir werden 40er vor einem direkten Aufstieg. Na. Das ist meine Schwäche, Leute. Oh Gott. Nein, nicht schon wieder. Ich verliere kein Leben. Doch, ich verliere Leben. Er hat eine Rakete. Oh Gott. Das ist zu... Die haben alle Rakete und noch was anderes. Die haben gleich zwei Sachen. Okay, auf einmal gewinne ich gar nichts mehr. Ist klar. Die haben gleich zwei Sachen. Verarschen, wie gut sind eure Items, bitte? Alter, ist hier so viel besser als meine. Oh, viele haben dieses Teil da. Ja, die haben... Oh mein Gott. Ich bin so sprachlos, Leute. Ich komm... Meine Güte. Tippen zum Öffnen. Okay, Schleicher. Nice. Rakete. Okay, nice. Also, wow. 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 Wow, geile Sachen auf jeden Fall. Nice. Preise halten, danke. 14 Energie. Ist klar. 14 Energie. Oh mein Gott. Und das ist ein Surfer. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist heftig. Können wir... Kann ich zwei? Nein. Oh nein. Ich kann aber, ich glaube, noch eine Rakete einbringen. Das geht, ich glaube sogar. Nehmen wir mal... Aha, nur eine... Eine Waffe passt da drauf. Verdammter Mist. Ist ein bisschen wenig, aber hier... Naja, Kettensäge ist nicht so gut. Kettensäge ist leider nicht... Wow, fünf Sterne Kettensäge. Oh mein Gott. Aber leider nicht so gut. Also, da ist das, glaube ich, besser. Das kann man auch noch upgraden, indem man die... Ähm... Ja. Wir können upgraden. Ah, dann wird es auf Stufe 3 geupgradet. Verstehe. Cool. Ähm... So... Die ganze zwei Sterne Sachen braucht man normalerweise gar nicht. Äh... Ja, kaufen. Man braucht nämlich Münzen, um was zu upgraden. Das Upgrade ist natürlich immer so eine Art Risiko, weil... Äh... Nicht alles, was man upgradet, wird auch gebraucht. Also, ich gehe hier Risiken ein. Aber ich denke, das ist in Ordnung. Obwohl, naja, in Ordnung wird es nicht... Ihr wisst, was ich meine. Wie geht's? Wie geht's hier? Und jetzt kann man zum Beispiel die Reifen noch ein bisschen upgraden. Weil ich meine, wieso eigentlich nicht? Hier, die kann man einfach upgraden. Hier mit, äh... Zwei Sterne Sachen. Testen wir es mal. Ich glaube, ich müsste eine Menge Leben haben. Ey, wieso mache ich so wenig Schaden? Mache ich wenig Schaden oder hat er einfach nur so viel Leben gehabt? Hm, ich glaube, ich gehe einfach mal in ein... Oh, ich überlege gerade, ob ich nicht das Rad hier wechseln sollte. Es gibt hier so viele Sachen, die man machen kann. Surfer. Ich habe einen Surfer hier. 20% auf Surfer. Das ist gut. Dann lass mal sehen. Es geht dann so nach unten so ein bisschen. Oh Gott. Holy shit. Okay, dann versuchen wir einfach mal zu spielen, würde ich sogar sagen. Und Meisterschaft und let's go. Ja, lass mal sehen. Ja, ich mache zu wenig. Er hat halt nochmal zwei Sachen. Das ist unnormal. Diese Kombination aus... Das ist zu stark. Ja, es ist zu stark. Diese Kombination aus Rakete und diesem Teil. Meine Güte, von wo haben sie denn die ganze Kombination? Diese Rakete ist sehr wichtig. Ich verliere jedes Match. Ich glaube sogar, weil ich die Rakete nicht habe, Leute. Ich glaube wirklich. So, es passt einfach da keine Rakete drauf. Was ist das hier eigentlich? Oh mein Gott. Damit plus 28. Oh, ich muss die richtige Kombination für das Spiel noch kennenlernen. Ich bin so durcheinander, Leute. Wirklich. Ich brauche so ein Boost wie 30% auf Rakete. Sowas brauche ich öfter. Zum Beispiel sagen wir 30% auf Rakete, ne? Und wenn ich dann eine Rakete nehme, dann ist sie noch effektiver. Problem ist, diese Teile haben nie genug Energie. Und die Rakete hat 9 Energie. Wow. Das ist echt zu viel. Das ist so nervig. Das ist wirklich kompliziert, wirklich. Ich glaube, ich befestige hier eine Düse. Ja, eine Düse. Die gibt... Ja, okay. 221 Leben. Lass mal testen. Lass mal testen. Boah, wir machen eine Menge Schaden. Wir machen sehr viel Schaden, Leute. Das ist gut. Wir machen sehr viel Schaden. Das ist richtig geil, auf jeden Fall. Bekomme ich nicht in der Kiste? Okay, noch einmal. Gewinnen, dann bekomme ich eine Kiste. Also das mit dem... Ja. Boah, ich mache sehr viel Schaden. Aber er auch. Ich gewinne. Ich denke, damit können wir mal zur Meisterschaft gehen. Lass uns das tun. Und wir haben eine Kiste. Wir haben zwei Kisten. Lass mal freischalten. Lass mal sehen, was drin ist. Komm schon. Drei Sterne. Wow. Rakete, fünf Sterne. Ach, du Kacke. Wow. Flitzer. Fünf Sterne. Ich glaube, ich nehme den sogar drauf. Ich muss den draufnehmen, Leute. Diesen Flitzer. Das ist unnormal. Oh my God. Ja, den packe ich drauf. Sehr geil. Den Flitzer. Und dann noch ein paar Sticker, weil mir gefällt das. Den Sticker mache ich erst drauf, wenn ich mir sicher bin. Und ich könnte sogar noch das hier. Das gibt mir mehr, ne? Okay. Was genau verbessert das? Ich glaube, dadurch kriege ich mein Leben, ne? Plus 28 Leben. Ja. Oh my God. Das ist richtig Hammer, Leute. Okay. Lass es uns tun. Meisterschaft. Let's go. Okay. Mal schauen, ob wir irgendwas tun können. Bam. Ah, nein. Ah, ich hasse die Gegner mit jeder Kombination. Ich hasse sie so sehr. Nein. Oh Gott. Gewinne ich oder verliere ich? Komm schon. Oh my God. Ich habe gewonnen mit ganz, ganz wenig Leben. Ich kann es nicht glauben. Zu riskant. Zu riskant. Der Typ hat zu viel Leben. Okay. Es ist schwerer, als ich dachte. Wirklich. Es ist so hardcore schwer, Leute. Es ist so schwer. Ich habe zuerst getraut. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gewinnen. Er trifft mich zwar auch, aber es bringt mir halt weniger. Also er hat gewonnen. Okay. Lass mal sehen, was... Oh my God. Heiliger Mist. Zu effektiv. Zu effektiv. Wirklich. Die Gegner sind unnormal stark. Ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos, Leute. Wenn ich gewinne, gewinne ich auch nur ganz knapp. Also ich weiß nicht, was die Gegner verheizt haben, aber es ist krank. Es ist wirklich krank. Okay. Das haben wir ebenfalls gewonnen. Wow. Dem machen wir viel Leben. Dem machen wir viel Leben. Oh my God. Wunderbar. Oh nein. Wir haben ihm geholfen. Er war umgekippt. Aber wir gewinnen. Aber es gibt manche Leute, die sind einfach zu stark. Manche Leute sind einfach wesentlich zu stark. Oder schwach. Haben wir eliminiert. Okay. Wir gewinnen. Zwar viel. Wir gewinnen, aber auch... Wir verlieren. Ja, okay, nice. Glück gehabt. Dass wir nicht umgekippt sind. Das gewinnen wir ebenfalls. Gegen Jeff, Leute. Der Typ ist Jeff. Okay, der hat eine Säge. Ah, die Säge. Aber sie zipft nicht. Das Problem hat eine Säge. Deswegen benutze ich sie halt nicht, weil sie so komisch ist. Der hat überhaupt keinen Reifen. Keine Ahnung, was sein Plan ist. Aber ist ja auch egal. Zehn Siege erzählt. Zehn Siege. Wow. Also was brauche ich jetzt, um aufzusteigen? Ich wünschte, ich wünschte, was ich brauche. Endet in einem Tag, fünf Stunden. Ach so. Ah, bin ich denn momentan bei fünf oder nicht? Ich glaube, ja. Das ist... Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich glaube, wenn jetzt der eine Tag und fünf Stunden vergeht, dann bin ich derjenige, der auf jeden Fall auf... weiterkommt, glaube ich. Zu Adrien nach fünf, oder? Ich meine zu Stufe fünf. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt öffnen. Mal sehen. Mal schauen, was drin ist. Äh, Clubfuß. Nice. Hier haben wir Klinge. Okay. Bosa, vier Sterne. Okay, nice auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Okay, Leute. Ich werde die Folge von das mal stehen lassen. Lass einen Aumen nach oben. Dafür mehr davon. Falls du es nicht getan hast, keine kosten zu abonnieren. Für den nächsten Videocontent. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.